Musik 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 Oh die Fleischfabrik Die ist schlimm Gideon Er hat glaube ich Korrupte Ich habe irgendwo was gehört Der engender sich Oh ich bin das Opfer der Wurstigkeit Die andere bewegt sich Ja schon nicht Wer ist oben Oh er hat jemand verletzt Ist das nicht wieder die Trätsche? Ich höre ihn doch hier schreien Die so Oh das ist der Demo Gugel Die Trätsche schreit nicht Ich bin in der Toilette Okay Ich finde keinen Jen hier unten Ja die Toilette Hinten Ja ich weiß Ich bin hier alleine Ist nicht die Trätsche Das kann sie nicht sein weil die Schränke kann man nicht abschließen Ach die Trätsche Jetzt schneide ich es Ich glaube Ist die Fäule wieder Ja Das dachte ich auch Kommt hinter dir her Ich mach den Jen weiter Warum? Bin ich so ne dumme Nuss und bin im Schrank Das verstehe ich auch nicht Ich bin auch im Schrank Oh ne geh weg du dumme Nuss Du bist doch verletzt Oh nein Die andere rettet nicht Doch sie rennt hin Okay gut Weil ansonsten wäre ich Was? Mich gesehen haben Ah shit Okay wird gerettet Jetzt hat er mich Stimmt die Trätsche ist ja das Neue Ich hab's mit der Fäule verwechselt Bestimmt wieder der gleiche Killer Der sah doch auch schon so aus Kann schon sein Der wird wahrscheinlich jetzt herrasen zu mir ne? Äh der geht hoch Weiß ich nicht wo du bist Ne der ist oben Jetzt ist er bei mir Er geht zu dem Jen der angegangen ist Danke Pippi Okay Kommt wieder zu dir Könntest du tanken oder machst du es jetzt nicht? Bist du unten noch? Ne oben Nicht du sondern die andere aber sie Ja ich komm ja trotzdem zu dir Die Freude hat aber Ist nicht mir hinterher Ganz nett Ich bin einfach oben Ich bin jetzt aber geheilt Und suche mir einen Jen Ich bin oben in dieser Haupthalle Bei der Treppe wo dieser Freie Jen steht Aber da ist er Warum steht denn die da im Eck? Ah jo hat Angst da halt ne? Ja ja Da kommt die nächste Ja die stand einfach im Eck Oh hinter dir ist er links Ich seh es ja ich seh es Ja ja sie ist runter gegangen Komm her drauf Komm her drauf Es ist der gleiche ich sag's dir Ja? Na dann Gewinnen wir ja jetzt Nicht unbedingt Und wird wieder her kommen Kommt wieder her ne? Kommt wieder her ne? Hast du mich gesehen oder nicht? Schatz geh doch weg von mir Du blockierst mich da Du blockierst mich da Ich hab den Stein geworfen Scheiße So ein Penner So ein Penner Das ist der gleiche der hat auch wieder überladen Oh in der Luft der gefischt Oh nein Du hast du gesehen ne Palette gedroppt Das passiert Weil ich heilen wollte Und sie saß in der Palette die Dumme los Ah ärgerlich Wenn man die Dredge Ach quatsch hier Den Wurstgob ein bisschen lesen kann Wann der los rennt Kann man den echt schön austänzeln Scheiße ist ein Generator Oh hier ist ja noch ein Jen Oh kommt her Alter Ich schrei woanders Ist doch noch hier Ist doch noch hier Ist doch noch hier Ich hör ihn doch Vielleicht ist auch oben Okay Wenn du geradeaus läufst Da bin ich also rechts Jetzt von dir aus Unten Geradeaus, geradeaus, geradeaus Jetzt rechts Geradeaus, ja Geradeaus Und ja da lang Und jetzt rechts Um Machen erst fertig Und dann kannst du mich heilen Guck mal die Ratten hinter dir Und der Rabe Ja Siehst du die auch? Ja natürlich sehe ich die Rollen bewegen sich total bescheuert Ja aber der Rabe da Ist ja einfach so stehen bleibt Oder die Krähe Der bleibt bei mir die ganze Zeit stehen Ja aber die Rabe Äh die Egal Aber die Map ist auch eindeutig killerlastig oder? Ne man sagt eigentlich das ist so Weil das ist Weil viele Paletten und so weiter Die machen keine Generatoren, gell? Die zwei Danke Okay Totem war hier Ja Hier ist nix Hier war ich am Anfang Ja Da müssen wir Nuff wahrscheinlich Müssen wir nuff Warte mal ich guck mal hier noch Was ist denn eigentlich mit dem Jen Wo wir eben waren? Da oben der Oh die ist Oh hier ist noch ein Jen hier unten Da bin ich sicher Bin mir nicht sicher Aber herguckt Ist der weit? Nein Er ist überhaupt noch nicht an Der war oben Ich hör den oben knattern Zu dem geh ich mal Ich hör dich knattern Na kommst du da Puh Drei Jens Das geht weg Ich hör ihn doch hier oben Okay Wir sind am Jen Bei dir an dem oben Wo wir vorhin waren Ich wollte vorhin echt durchs Fenster springen Und bin in den Schrank rein Oh Mann Nur weil er so doof ist und trifft nicht Drennt er zurück Drennt er zurück Kf Bewacht den Ah Scheiße Wir brauchen den Jen da oben Lass mich Ja scheiße Mein Jen ist zu drei Vierteln an unten Unten? Ja Oh Leute Ja ist natürlich immer wenn du loslässt Kommt natürlich der Scheiß Wo ist denn der unten? Da wo ich hänge sozusagen hinter mir In die Richtung würde ich sagen Kann ich dich retten? Äh ja ich glaube er ist nicht mehr da Warte Warte Klasse Hier ist keiner hinter dir wo du hängst Doch geradeaus weiter Geradeaus weiter Aber ich glaube er kommt Oder? Ja irgendwie schon Warte reingedrückt aber Oh ja natürlich dreht einfach um Ich trottel ey Glotzig wie so ne Elster nach hinten Aber wenn die irgendwo davor rennt Dann ist das Brett ja auch gleich kaputt oder? Äh ja aber dann ist auch der Feulesturm komplett zu Ende Ja trotzdem Ja trotzdem Uhhh Ärmerlich Ja Ja ich wollte so durchziehen Ich bin tot jetzt dann Ich dachte natürlich er schlägt sie aber sie hat Einen Sprung zur Seite gemacht Shit Ich mag ey Dein Jen oben ist fast fertig Und der unten ist fast fertig Also ich finde diese Map eindeutig killerlastig Da du überhaupt nicht weißt wo der Killer ist Das gibt's noch nicht Einfach folgt sie ne? Ja ich seh es ja hier Ich kann ja neben Der hat den Jen angefasst damit er nicht noch weiter zurück geht Den will ich fertig machen Hm Hat nichts gebracht Er ist weiter in die DE her Ja Der geht runter Er ist hinter ihr Und ist unten Meine Position ist scheiße wenn er hier hochkommt erwischt er mich direkt Alter warum ist der Jen wieder so weit ruhig? Ja vor allem der Es muss da noch 5 Ne 6 Jen's geben oder? Ne 5 Und ich finde nur den hier Und unten bin ich doch alles abgelatscht Ne unten war da noch meiner Ja Der hält den sehr gut hin Meine Güte Der macht's echt mega gut Irgendwie wird's lauter der Herzschlag Ne ne unten Weiter in unten Weiter in unten Sehr gut Jetzt hat er sie gleich Jetzt hat er sie gleich Und sie ist am Keller Verstehe nicht wo die ganzen Gents sein sollen Ja Ah her So Da unten Sehr schön Ein Keller Sie was ist Ne was macht sie? Macht sie es oder nicht? Ruhig Richtig ruhig bleiben Sie guckt aber nicht mal nach dir Ja da hinten irgendwo Ja Hier runter er ist nicht da Gern da aber Ja aber der ist über dir Na ja Der Weg hier runter ist Warum? Naja das kann man ja machen Kurz bevor Geredet ist Er ist hinter ihr her Ja Das ist gut Ausgezeichnet Du brauchst mal Eine kleine Heilung Naja Wär schon geil gewesen Sich jetzt zu zweit zu heilen Aber irgendwie Hat sich's nicht ergeben Er war ja direkt da Wie komm ich denn hier hoch aus dem Müllröps Oder ist er? Oh sehr tot im Leben gezinnert Lass mich in Frieden Geh doch mal hoch und guck nach der Kiste Ja ich versuche Ich bin hier die ganze Zeit Keinen Weg hoch Ich will keine Kiste Ich will den Jen machen Der war hier noch Oh wieder aus Oh leck mich War genau getroffen War genau drin Er ist immer noch feier Das interessiert ihn scheiß Das ist gut Immer noch Scheiße Der hat einen scheiß Pink glaube ich Hat einen roten Balken So Wo? Und sehe ich nichts? Sie lässt sich sterben Ich hätte sie nicht Doch Ich muss Deine Heilung Okay das war's Warum? Sehr gut Das war gut Warum? Weil er dadurch den Schlag verplempert hat Ach schade Tolle Wurst Ich hab's dir gesagt Ja Ja Aber was sollte ich da jetzt machen? Ich hab genau da gesehen Als ich gerade vor ihr Naja ich weiß Es war entweder sie kriegt's noch hin Was denn sie hat mit Absicht daneben gedrückt? Daneben gedrückt? Naja wenn sie sich sterben lässt Achso ja Ja Wollt sie sich sterben lassen Zack Das lasse ich nicht zu Aber trotzdem irgendwie eine spannende Runde Aber ich muss ganz ehrlich sagen Ich find die Map eher Killer-lastig Weil du ständig Terror-Radius hast Du weißt nie wo der Killer ist Deswegen musst du halt ein bisschen ruhig bleiben Und nicht so viel Angst haben